wir sind nur noch drei stadt entfernt vor dem für diesen ersten beiden mission und dann hüpfen wir rüber dass ich natürlich wieder suchen müsste wo die werden welche stadtteile ist also werde ich springen wahrscheinlich alles ja unterstellen kann ich nicht sehen kann ich nicht sehen jetzt müsste ich natürlich sehen was sie gut ich würde gern sehen rote stellen ich will gerne das müssen wir natürlich alles zusammen wir müssen jetzt alles zusammenpacken und das wäre jetzt reiz leck mich doch am arsch alter kann doch nicht sein ich habe keinen bock mehr jetzt kann doch nicht sein so also das ganze ding noch einmal bauen wir fahren jetzt lang jetzt an also das ganze dann fahren wir mit hause wieso habe ich die nicht mitnehmen verbordene rote anzeigen rote 28 nehmen wir die wieder raus das ja ich komm mit sorry so seaview beach fisch fischer street fischer street fischer street fischer street fischer street immer schön ein nettes gesicht zu sehen auf einem bildschirm ja landy street innest street so south falcon street darcy avenue jefferson street aber das ist wahrscheinlich jetzt weil ich so lange jetzt gestanden habe weil wir bis jetzt alles ja quasi einmal mitnehmen und starten oben in zankes so rote typ ändern brauchen wir nicht das wäre dann sun kiss es es aus hard au kriss harver und ...und... ...BellySpring Be... ...Lay... ...Spring ...auf 5 Ich setze natürlich jetzt einen anderen Bus noch dazu ein ...um das schneller zu beschleichen Also es sind die letzten 3 Haltestellen genau diese 21 Haltestellen nur noch ...und dann hätten wir sie glaube ich alle einmal komplett durch Ähm... ...warte mal... Rote 48 So... ...das, das... ...einmal das anwenden So...passt... ...joh... Rote Wähen ...ja...passt doch... ...da... ...soll jetzt Busse ohne Ende dazu reinhauen, weil die Strecke ziemlich lang ist ...ich fahr die natürlich jetzt ein bisschen Äh...ich werde jetzt hochspringen zur... ...zum Seaview Point ...das ist so ein Startpunkt ...dieser Strahl runter ... ...so... ...ab zum Seaview Point ... ...soll ich das nicht ohne, wo ich den Bus dazu packen kann ... ...aus Harbour Valley Spring ... ...ne... ...ne... ... 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 das ist schon die halte stellen ich weiß drüber egal die weg da sind die zählte ich stehe nicht einfach aus der straße verstehe ich auch nicht die jungs sprache weiß ich nicht das ist überhaupt nicht meins aber wie gesagt ich heute haben ich habe die musik ignorieren ich weiß aber nicht wo er war keine ahnung keine wacke im spiel na ja passiert aber administration ich weiß nicht wo der fahrer war ich habe nicht gesehen habe auf zwei hörte mal auf die türe zu blockieren das ist glaube ich jetzt gefühlt schon der fünfte der es macht weg von der tür waren seit deswegen ich finde ich die leute nicht einfach irgendwas rausschmeißen kann weil ich weiß ich gefühlt steht hier jeder moment so so hat das polizeiwagen sie ist auch ganz gezellten auf der straße oder ist das polizei von polizialen der wogte gut schreibt markus gut ja und geht sofort weiter so kurz mal die wird sogar was wichtiges klären ach das ist meine lege oder das ist aber kein gelenk wird es ist allerdings fahren mit dem doppelstock fahren ich will die doppelstock muss man gerne fahren ausprobieren so fischig aber auf drei nichts als schlüssel davon so mit senior ticket tageskarte so so die habe ich aber so spät jetzt gesehen das probleme die wirklich wenn die wirklich hier aufploppen ist ja auch wenn ich mich auch über der kost sind 20.000 sehr viel da musste mich bis zu verkaufen ja wir müssen es dauert jetzt leider das ist das problem ich weiß ja auch nicht wie viel folgen das jetzt doch geht faktisch dass es die letzte rote hier ist und ich hoffe dass ich mit zivio abarbeiten kann diese zweihalb diese zwei stadtalien dann wie gesagt haben wir allerdings doppelstück muss in der nächsten folge so hier ist die das ist mittlerweile sehr gut ja so ja das ist das habe ich nicht gesehen kollege so die nächste stelle ist die blöden die street so die leute wieder durchlassen das war nicht ich kann das gute auch gut aber nein fahr doch einfach es dauert jetzt wahrscheinlich alles ein bisschen länger hier moinsen jetzt habe ich das hier vorne es ist jetzt nur noch klein kam es ist halt dieses abfahren und diese stadtteil ich sollte ja die weit sind sie mal zieht in der street, die hätten wir fast ausgebaut fahr doch einfach ich hasse das wenn die leute unnötig einfach mitten in den weg stehen bleiben um plötzlich einmal auf den sack zu gehen meine fresse was ist hier los so ist es aus folgen street das ist dann auch schon wahrscheinlich valley spring wir fahren ja erst aus harvard dann wollen wir noch hoch zum valley spring aber ich darf dass ich halt diese zwei haltestellen im zivio nicht weg habe und dann hätten wir so einmal komplett alle durch das ist wir sollen dort so 34 folgen vielleicht noch dann hätten wir zumindest den teil weg ich vermute es vielleicht auch 56 folgen sind da müssen wir doch ohne das dlc das dlc kommt ja noch mal mit dazu das wird aber so das wird aber mit der dran geht also noch ein extra folgen da keine haltestellung und kann frei gestaltet wenn ich jede folge mit zumindest die haltestellung um einzugkriege sagen dass die leute noch mal rein ich habe mich ja sich gesehen dass er noch nicht standen zu früh wo ich muss ein bisschen was jetzt gerade ich hasse solche leute mein gott jetzt die olle die mir wirklich vor die kabel gerannt ist das ist ein bisschen mit wohnen warten da die wissen wir natürlich auf der luker fahrt ich gehe mal ganz kurz dahin sind weil das immer fahrgast eingepennt ich weiß nicht wo der ganze sind die dame mit dem hut das idiotic als die heutige brauchst du einfach fahrgast dann haben wir das auch dass ihr wie ich weiß jetzt mal ich kann ja jetzt schon das ist ja fast es geht immer noch nicht das ist sicherlich der kippe hat wie gesagt das ist noch mal das ist dieses letzte ding dass wir dieser ganzen halte stelle jetzt hier auf dieser route die jetzt auf dieser halte stelle drauf auf diese runde draußen die brauchen wir noch mal durch dann haben wir es geschafft dann haben wir den großen teil die ist jetzt nicht gerade eingestiegen und hat eine fahrkarte gekommen ist wieder ausgestiegen richtig gesehen sie sind aber auch richtig dabei wo ich mir denke jetzt kann man wenigstens wieder eine ausgebaut werden ja es dauert wie gesagt das sind jetzt doch sehr aber es ist jetzt ein kleinkram jahre sie zu jetzt drei stellen die frage wie kann ich was ist nur das maximum ausdrücken wir haben ja ein bisschen zeit ich kontrolliere und direkt der erste wieder mit der falschen karte die kommt direkt in meine sammlung hier ich habe gestern schon wieder verpennt nein sie fand das ganz und gar nicht witzig okay tschüss hier bitte als kind bin ich ich habe ihnen meine fahrgabe schon wie oft wollen sie die denn noch sehen immer wieder so geil das ist jetzt gerade hier auf der karte das ist wie gesagt der sitzt zum aussteigen jetzt hier bist du hast du von der team gehört dass wir alle in einer simulation leben klingt verrückt aber wenn man so drüber nachdenkt könnte es war sein ob ich weiß nicht du hast Du kannst du kurz mein Arme gut aufnehmen du kannst du kurz mein Arme gut aufhören so so hier ist claystreet So schön ist die North Go-Suite. So, auf geht's. ja das sind alles so kleine kleckern nur noch einige sind ja schon auf vier wenn du nicht kontrolliert war das ja jaja so verkater war der weg in der nächsten folge werden wir dann den bus kaufen 17 wir werden uns doch etwas kaufen und wenn wir dann schon mal aus testen da freut mich auch schon drauf ein bisschen zwei vorne habe ich schon gemacht ich brauche mehrere fahrkarten so seit ich mein auto verkauft habe und jeden tag mit dem bus fahrrad einmal aus steuern nur 17 jetzt haben wir mal 18 aber gelenk muss aber beim doppelsteil ist bestimmt lustig werden denke hier ja das war schon keine sorge sind ja ein ticket das karte so die rampe so wobei die doppelstöcke haben wir diese runde fahren doch ja wie steht sie ja der scheiß ampel so lebe ich kann jetzt auch nicht warten so ich muss jetzt mal der schlange hier vorbei ist natürlich ein bisschen blöder für die für die gehkommenden fahrzeuge runde 19 das ist da vorne ich hätte 20 und 21 und tauschen müssen die steht schon da für den bus so hier ist ja 19 leider nicht einfach so senior ticket tageskarte und hier geht einfach fahrgarten So, nächstes Mal die Stelle ist die Nummer 20, dann haben wir nur noch eine alte Stelle und dann hält man sie einmal durch und dann weiß ich, wie weit ich die vorher, also ich glaube nicht, dass ich beide, das ist zweimal die Verkippen, dafür ist das zu lang. Fährst du jetzt nicht weiter? Du hast dich jetzt nicht als er festgefahren, oder? Das ist zu verbezahlte Stelle! Ich kann jetzt natürlich nicht machen, weil ich rumkomme, glaube ich, ne? Da geht es, ich komme nicht rum, ich muss der Bus wegparken. Komm auf da! Ja, du schon! Ja, ich wusste ja! Super! Ich muss ja abbrechen hier, ich muss ja quasi weniger jetzt, ich muss ja den Bus wegparken, von ihm. So. So, jetzt kann ich natürlich den jetzt sehen. Ja, da wirst du wieder durch. Ach, du kommst spät. Ja, ich will was nicht richtig guter Stelle warten. Ja, gibt ja. So, kannst du jetzt weiterfahren, oder was jetzt da stehen darf? Und jetzt? Alles klar! Der fährt jetzt. Der hängt jetzt sicher die nächste an 6 in der also. Ich hab da gehe. Oder wo sie sich strahlte Stelle ist, hier hängt es auch richtig zu lassen, oder ist sie gerade auch bereitst? Ach, der hat sie ... Was ist denn da schon wieder los? Ich wollte nicht. Sie hat sich jetzt echt an sich die Schalte an den Dings gehängt, wenn das nächste Teil da ging. Kingstreet ist hier. Kingstreet geht auch noch nicht. Entschuldigung, ich wollte eigentlich die Zimmer halten. Ich wollte feilig. Könnte auch ein Schalkollege. Hallo. Ich verarschen jetzt. Dann halt nicht. Ich habe doch nichts gemacht, was wollte ich eigentlich von mir? Ja. Ja, ich bin da vorbeigefahren. Nehmt es mir doch nicht. Das ist egal. Weil der Kollege da nicht fahren kann, kann ich nichts für. So. Halt doch die Fresse. Ja, das habe ich gemerkt. Boah. 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 Ist das hier rechts? Da ist ja. Na ja. Ist das jetzt noch nicht angekommen? Nein, noch keiner. Noch keiner. Noch keiner. Ich weiß nicht, was der Kollege da veranstaltet. Da hängt sich der Fell, der wird da fest. Ich kann auch nichts machen, weil ich dann wieder meine Route verliere. Ich habe sie ja schon einmal rausgefahren, das habe ich ja gesehen. Mann! Weil du immer mit deiner Scheißkammer vorregen musst. Ja, das ist mir schon rüber. Ja. Nächste hatte ich jetzt die Beine. Ne, weil ich war das auch so passiert. Und das ist hier die 21 schon. Das ist ja die Endhaltestelle. Boah, ich bin da halt schon vorbeigefahren. So, es war erst mich in Ruhe. Ja. Jetzt ist das in der Ecke hier. Das ist eine Route hier. Bevor ich die Scheiße mal durch habe. So, Nummer 20 ist da vorne. So, die Endhaltestelle darf aufgewertet werden. Sehr gut. Immer besser, immer besser. Immer besser, immer besser. Oh, ja. Blockiert die nächste Tür, ey. Mein Gott. Trauerein. Das kriegt mich schon auf, diese Scheiße. Die Blockade hier. So, sind wir ein Ticket. Also. Tag ein gekauft. Ich weiß nicht, wie auf die 50. Route. Weitert. So, an der letzten Stelle heißt es die South Jones Street. Dann haben wir es auch geschafft. So, wir haben es dann. Gott sei Dank. Geschafft, liebe Leute. Mit vier Sternen. Ja. Na geil. Gut. Ja. Bus-Dealer. Ich habe euch ja noch angekündigt. Ich werde noch mal einen Bus kaufen müssen. Und dann hüpfen wir nach Wies. C-View. Und dann fahren wir mit dem Bus. Und dann fahren wir mit dem Bus. Und dann fahren wir mit dem Bus. Und dann haben wir diese Route hier, die wir jetzt gerade noch mal gefahren sind. Noch mal neu fahren. Was noch mal neufah? Ach. Gott sei Dank. wusste ja die verbunden von dem einzelnen typ haben wir dürfen eigentlich alle frei haben da will der gar ich will ja einfach gerne fahren ich will ja mitnehmen ich will ja für die der wieder auf der route zum einsatz kommen jetzt noch mal ich kaufe direkt ja vier millionen fast gut ich plane natürlich schon für die große rote hier ein für dieses ding hier ein weg damit 50.000 bus auf die einstelle so zwei insgesamt so zu bearbeiten gut in der nächsten folge wer war das ganze ding noch einmal fahren und zwar mit dem doppeldecker und darauf freue ich mich erst einmal unterwegs sein mit dem doppeldecker und ja schauen wir mal bis dahin und tschau das ganze ja 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 Bis zum nächsten Mal.